Hier ist euer Kido831. Heute melde ich mich mit einem Rundgang durch das Volkfest von Schrobenhausen 2024. Es geht vom 2. bis zum 6.5. 2024 und das ist geboten. Hier gleich schön im Bild für die kleinen Gäste das Kinderkarussell. Mit sich sieht man schon die Iglaus von Nolli und dahinter von Döhm der Hip-Hop. Rechts davon die Pitchchampfer ebenfalls von Döhm und links davon das lustige Entenangeln von Arsch. Hier wird immer liegen. Überall. Hier haben wir den Hip-Hop. Dann gehen wir mal hier ins Land weiter. Was haben wir hier? Captain Cook's Füße ist schocked in Döhm. Daneben das Ballwerfen von Arsch. Hexenhaus Krebs. Daneben Soft-Eis und Flush-Eis. Und die Kartoffelhütte. Da ist auch Kartoffelhütte. Eis und Krebs. Mittig nochmal in Greifabendstände. Casino Royale von Los. Der Losstand. Daneben der Skistand. Und das Allendorf. Von Steinke aus Augsburg. Und da sieht man eigentlich ein ganz gutes Übersicht über alles. Dann haben wir hier noch den Autoscooter. Und da hat er noch den Autoscooter. Und da hinten hat er die Böhm Disco-Flyer. Hier der Disco Flyer, Disco Flyer, dann noch eine Outdoor Bar, im Hintergrund das Festkel von Lantl und Disco Scutab. Das Beigertürte Kreuz darf natürlich nichts fehlen. Und jetzt nähern wir uns dem Ende. Hier haben wir noch von Familie Frauen hinter dem Almdorf Kniekühler oder ausgezogene. Kann man es auch noch nennen. Sehr lecker sind die, nur zu empfehlen. Hier nochmal das Festels. Und nochmal die Bar. Und das war dann der Rundgang durch das Volksfestwunsch Robenhausen 2024. Weitere Videos findet ihr auf meinem Kanal. Links einfach mal durchstöbern. Rechts könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Kido881 Und das ist nicht so schön. Aber es ist eine Warte. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Da sind die Warte und dann... Bye. Und dann sind die Abenteuer.